Kwiatkowski Ja genau, das bin ich! Kwiatkowski Vorne Kwiat, hinten Kowski Kwiatkowski Auf die Schnelle, immer zur Stelle Kwiatkowski Gefahr erkannt, Gefahr gebannt Kwiatkowski Hat den siebten Sinn Kwiatkowski Kriegt am Ende alles hin Kwiatkowski Ich bin hier und da und überall Und ich löse mit links den schwierigsten Fall Denn läuft mal alles quer Oder geht mal alles schief Dann kommt Kwiatkowski Der Privatdirektiv Denn läuft mal alles quer Oder geht mal alles schief Dann kommt Kwiatkowski Kwiatkowski Der Privatdetektiv Kwiatkowski Hi, ich bin's Kwiatkowski Kwiatkowski Kein normaler Junge kann mit dem, was er als Detektiv verdient, große Sprünge machen Mit einem Honorar von fünf Päckchen Karpenters Kaugummi Für jeden gelösten Fall bestreite ich gerade mal meinen wöchentlichen Kaubedarf Wenn man außerdem bloß lächerliche 2,50 Euro Taschengeld pro Woche kriegt, sollte man sich alle Gedanken an größere Anschaffungen gleich aus dem Kopf schlagen Bei dem verlorenen Duell mit dem Meisterdetektiv King hatte ich erfahren müssen, wie nützlich ein Computer in meinem Beruf sein kann Deshalb hatte ich meine Mutter in der Zeit danach bei jeder Gelegenheit angebettelt, mir einen zu kaufen Ich hatte ihr sogar angeboten, als Gegenleistung in den nächsten 20 Jahren morgens, mittags und abends den kompletten Abwasch zu machen Aber sie war hart geblieben Erstens sitzt du dann nur noch vor der Kiste und ballerst auf irgendwelche Monster Und zweitens Und zweitens haben wir für einen Computer kein Geld Das mit den Ballerspielen hätte ich meiner Mutter vielleicht ausreden können Schließlich brauchte ich den Computer nicht zum Spielen, sondern für meine Ermittlungen